Was machst du denn da so cool? Was tut du denn hier hast du dann? Was hast du denn? Okay, und was hast du denn? Ja, ich hab's da rum. Was? Medizinisches Cannabis hast du denn? Das Allerbeste vom Besten, Alter. So ein gutes Gros. Ich zeig dich. Genau. Aha. Aber hab ich schon gehört, das Kranke, das Krönhaarztag, ne? Schwerkranke. Was hast du denn? Ja, was ja, oder? Nein! Nein, nein, was sagt er denn? Das Ernst wieder mit diesem Feld. Ja, es ist schon nett, dann natürlich. Du bist da, oder? Ja. 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 Ja.